Was bei Red Bull ohnehin befürchtet wurde, ist nun bestätigt. Daniel Riccardo droht schon bei einem der nächsten Grand Spree der Formel 1 Saison 2018 eine Strafversetzung um 10 Plätze in der Startaufstellung. Der Grund, der WM Dritte muss im weiteren Saisonverlauf eine dritte MGUK einsetzen. Nachdem die Regeln für den Austausch von Elementen der Antriebseinheit in diesem Jahr noch verschärft wurden, darf die Hybrid-Komponente zur Rückgewinnung von kinetischer Energie nur einmal erneuert werden. Riccardo erlitt ausgerechnet bei seinem glanzvollen Monaco-Sieg einen Schaden der MGUK. Mit 25 Prozent weniger Leistung lieferte der Australier eine Gala-Vorstellung ab, entgegen erster Berichte war seine Antriebskomponente aber doch irreparabel kaputt. Nachdem dies bereits die zweite MGUK der jungen Saison war, die beim Boliden mit der Startnummer 3 eingesetzt wurde, hätte Riccardo schon beim darauffolgenden Grand Prix von Kanada mit einer neuen Komponente die Strafe bekommen. Doch Red Bull und Motorenpartner Renault griffen auf die alte erste Einheit zurück, die bereits bei den Auftaktrennen in Australien und Bahrain verbaut war. Mehr wird es der 28-Jährige aber nicht bis zum Ende der Saison schaffen, bestätigt Renault-Motoren-Chef Remi Taffin im Gespräch mit motorsport-total.com. Daniel hat bereits zwei MGUK angetastet. Die nächste, die er verwendet, bedeutet für ihn eine Strafe. Mit seiner aktuellen wird er es nicht bis zum Saisonende schaffen, so der Franzose. Red Bull will beim Heimrennen in Spielberg keine Strafen kassieren. Interessant, leicht gereizt will er sich übrigens auch mit einigem Abstand nicht in die Karten schauen lassen, welcher defekt die Monaco MGUK irreparabel beschädigte. Das spielt doch keine Rolle, ändert die Welt auch nicht. Ganz offensichtlich ist sie kaputt, so Taffin. Nun müsse man eben festlegen, bei welchem Grand Prix Riccardo seine Strafversetzung in Kauf nimmt und die dritte Hybrid-Komponente verwendet. Wir entscheiden das gemeinsam mit Red Bull, sagt der Renoman. Wenn man weiß, dass man eine Strafe bekommt, dann überlegt man sich, wann es ehesten passt, so habe man es auch in Monaco bei Max Verstappen gehandelt. Weil der Niederländer nach seinem folgenschweren Crash im dritten freien Training das Qualifying verpasste und ohnehin von ganz hinten starten musste, setzte man bereits beim sechsten Rennen die dritte MGUK im RB1 4 des Youngsters ein. Die 10-Plätze-Strafversetzung fielen so nicht weiter ins Gewicht. Dass Riccardo bereits beim kommenden Rennen in Spielberg dem großen Preis von Österreich die MGUK tauscht, ist aber unwahrscheinlich. Renaults Formel-1-Chef Cyril Abitaboul hatte bereits bestätigt, dass eines der Kundenteams auf das langersinnte Update der Erntriebskomponente in der Steiermark verzichten wird. Red Bull will bei seinem Heimrennen das Maximum herausholen und keine Strafen kassieren. Zudem könnte man am Werksteam zunächst beobachten, ob sich die neue MGUK auch im Renntrim bewährt.